Moin moin miteinander und willkommen zurück zu Black Mesa. Ja, wir sind hier immer noch in diesem kleinen Aufgang. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, da steht ein Panzer. Die Soldaten haben wir soweit eigentlich alle... Ja, genau. Da konnten wir jetzt genau um... Da ist der Panzer. Und ich würde mal sagen, wir machen uns hier gar keine große... Große Arbeit. Wir holen einfach mal, ne? Panzer? Panzerfaust hervor. Wenn wir sie denn haben. Wo ist unsere Panzerfaust? Da ist sie. Also, Panzerfaust. Hallo, Herr Panzer. Okay, er brennt. Und... Und er brennt weiter. Und noch ein dritter. Müttermacht ist Rums. Alles klar. Jetzt hat er Rums gemacht. Panzer ist weg. Ja, Soldaten haben wir, glaube ich, alle erledigt. Irgendjemand hier, der... ...es noch Stress macht? Hier ist Erste Hilfe. Gehen wir da mal hin. Können wir hier irgendwas drücken? Eigentlich soll man nicht drücken, ne? Erstmal Auskundschaften und dann irgendwelche Sachen drücken. Hier sind ein paar Mützen. Ne, das ist keine Mütze. Das sieht aus wie ein Herz. Oh, 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 oh. Ah, we'll come get in here. Oh, 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 oh. So, irgendwo noch jemand. Hoppala. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Ach, eine Panzerfaust und Munition. Das heißt, hätte ich, äh, ...keine Munition gehabt, hätte ich hier auf jeden Fall ...die drei Schuss, die ich gebraucht habe, gefunden. Wäre dann aber auch natürlich genau in der Schusslinie vom Panzer gewesen, also... ...dass wäre ja spaßig geworden. Okay, grüne Knöpfe. ...EDEN ... So. Hat sich da aber nicht jemand versteckt. Hier ist wieder ein Sicherheitsmann. Und noch eine Panzerfaust. Ah, das heißt, man hätte auch hier ganz schnell hinlaufen können. Um nicht in der Schusslinie des Panzers zu sein, sondern von hier aus irgendwie ausschalten. Verstehe. Ein bisschen Panzerung hätte ich schon ganz gern, aber naja, was nicht ist, ist nicht oben. Ich glaube, das wäre auch ein guter Platz gewesen. Hier hin und von hier aus das ganze regeln. Ich laufe hier jetzt einfach mal durch. Kann ja sein, dass wir noch irgendwas Tolles verpasst haben. Momentan nicht. Na gut. Okay. Okay, dann drücken wir mal die Knöpfe. Okay. Okay. Manual override. Zeit. Da habe ich gerade einen Rubschrauber gesehen. Da kommt was angefahren, ne? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich glaube, das ist ein... Ist das ein Panzerauto? Ja. Oh, ha, 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 ha. Dann wäre er ja gleich wieder. Alter. Okay, Motor läuft noch. Da war ich hier irgendwo etwas. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Aber ich sehe nichts. Es scheint ruhig zu sein. Halt. Habe ich irgendein Funkgerät gehört gerade? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wer... Wer schießt? Irgendjemand schießt? Das mag ich nicht. Ah, da hinten. Da hinten. Ich sehe dich. Da kommt sie. Da kommt sie. Da kommen sie. Oh, oh. Au. Au. Habe ich ihn erwischt? Habe ich ihn erwischt? Habe ich ihn erwischt? Habe ich ihn erwischt? Eine Handgranate noch. Das reicht nicht. Ah, was mache ich denn? Ich habe überlegt, ob ich, ähm, irgendwie so... ...mit den Pfeilen vorgehe, aber... All clear, Sir. All clear, Sir. Eine Granate habe ich noch? Oh, da kommt er, da kommt er. Ich bin fast tot. Ah, ich bin fast tot. Ah, ich bin fast tot. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nein, bitte nicht. Oh, oh. Au. Wie kommt das denn her? Ei, ei, ei. Oh, oh, oh. Mann, ich habe nicht abgespeichert Na komm, aber jetzt wird's schon lang Was? Wie fällt der denn aus? Also So, und da hinten war irgendwo noch jemand versteckt Ah, ich habe ihn gesehen Ich habe ihn gesehen So, jetzt gehen wir mal ein bisschen sammeln Das war auch nur der eine Oh, jetzt gehen wir mal ein bisschen Oh, jetzt gehen wir mal ein bisschen So, hier war nichts drin Da hinten war Ich glaube, hier hinten war sonst auch nichts Ein bisschen zu grünen Dinger Können wir hier mal drücken Oder? Na, so aber nicht Na Ja Mehr können wir aber auch nicht machen So ist das Oh, jetzt geht's Okay Okay So, neuer Versuch. Diesmal will ich kurz abschweichern. Ähm... Ja. Da kommt auch schon der Wagen. Au. Hui. Irgendwas hat er hier zerfetzt. Ähm... Soll ich mir der Panzerfaust vorgehen? Ne. Das wäre, glaube ich, blöd, ne? Ich glaube, das wäre blöd, weil... Wir da nicht so viele Schuss von haben. Und das sind ja nur einzelne Soldaten, die hier jetzt kommen. Die Frage ist, wo sind sie? Ähm... Ähm... Joppa... Ähm... Sappa... Was? Ah, so ein bisschen. Nein! Wieso kamen sie alle auf einmal? Das war nicht ganz fair. Aber ich habe mich gut geheilt, finde ich. So, mein Pfeil will ich wieder haben. Das ist Lager. Ich sehe da eigentlich niemanden jetzt. Oh, Medi-Packs. So, das ist genau das, was ich gerade brauche. Das brauche ich scheinbar nicht. Und ein bisschen Rüstung. 13%. Power 13%. Power 13%. Power 13%. Alles klar, Freunde. Dann machen wir jetzt hier eine Pause, wo wir diese Basis erstürmt haben. Ich werde abspeichern. In der nächsten Folge geht es weiter. Vielen Dank fürs Zugucken und bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. sowie Vielen Dank.